Lauf schon los, ich zähl es zähl. Dann werde ich dich suchen gehen. Versteck dich ruhig, ich find dich doch. Schau auch ins kleinste Loch. Sein Leben ist ein Kampf, eine fortwährende Suche, seit vor zehn Jahren seine kleine Schwester spurlos verschwand. Jetzt schlägt der Täter erneut zu. Wieder verschwindet ein blindes Mädchen. Max Ungemach startet einen Rachefeldzug, um zu tun, was er damals nicht konnte. Das kleine Mädchen retten. Wird er sie rechtzeitig finden? Und kann er seinen härtesten Kampf in der Welt eines Psychopathen gewinnen? Eine Welt, die unsere Vorstellungskraft sprengt. Eine Welt, die der Hölle gleicht. Meinen Blick entgehst du nicht. Kenne dich doch, dein Gesicht.